Ich will ja nicht meckern, noch tausend Rapper sind fetter als ich, fetter als meine Texte, weil ich Prolo setz ins Mecker schick, also selten darüber rede, wie fett ich eigentlich bin. Ich bleib bodenständig und kling, weil ich zeigen kann, wer ich bin. Doch häufig zweifel ich an dem Ding, das ich mag, weil ich tausende diese Rapper in Deutschland seh, die so gerade ein Mikrofon in der rechten Hand halten können, ohne einzubrechen. Und weil keiner lernt, seine Skills realistisch einzuschätzen, weil ich eigenweit schätze, bleiben einige auf der Strecke und einige gehen nur raus, um einige Beine zu brechen. Es gibt einige Schätzchen, ihr müsst liegen, um sie zu finden, ich bin selber losgezogen, um mich ausgraben zu lassen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, offensichtlich bin ich angewiesen auf Leute, die versuchen nicht nur zu ficken, bin nicht angewiesen auf Leute, die sagen, dass sie mich pushen, denn sie sind nicht mal so heiß wie eine ausgeprägte Kippe.